Ihr Vormittag auf Radio Berlin 888. Die Mietsteigerungen in Berlin sind kräftig und heute hören wir mal richtig echte Zahlen aus der Großsiedlung am Cottbusser Tor in den letzten zwei Jahren von 750 auf 900 Euro. Eben hat jemand angerufen aus einer Hausverwaltung und sagte, Mensch, so viel Mietsteigerung ist doch gar nicht erlaubt, das müssen auch andere Umlagen sein. Ja, richtig, sind auch andere Umlagen dabei, aber aus Mietersicht müssen sie natürlich trotzdem bezahlt werden. Ulrike Hamann ist bei uns und Tahir Sösen. Beide sind von der Mieterinitiative Kotti & Co. Sie wollen in Kreuzberg bleiben, Sie protestieren und sagen, das war mal sozialer Wohnungsbau, jetzt kann das plötzlich nicht so teuer werden. Herr Sösen, theoretisch könnte man ja auch sagen, Mensch, jetzt findet Verdrängung statt, Sie müssten irgendwo hin, wo es ein bisschen billiger ist. Sie wollen aber unbedingt in Kreuzberg bleiben und Sie sagen auch das ganz offensiv. Warum? Ja, wir wollen in Kreuzberg bleiben, weil wir Kreuzberg auch mitgestaltet haben mit ihren sozialen Strukturen. Und es kann nicht sein, dass einfach gesagt wird, jetzt zieht ihr weg, wenn ihr das nicht bezahlen könnt. Und die Verbindungen, die sozialen Bindungen wollen die Menschen auch nicht brechen und woanders umziehen. Verstehe, also Sie sagen, soziale Bindungen sind logischerweise auch ein Wert, der eine Stadt ausmacht. Wir hatten einen Makler hier, der hat gesagt, das ist überall so. Wo es teuer wird, findet Verdrängung statt. Was würden Sie dem entgegnen? Ja, wir bleiben. Okay, Frau Hammann, wir bleiben ist ja schon mal, das klingt kraftvoll und gut, trotzdem ist die Richtung der Mieten ja eindeutig nach oben. Was glauben Sie, wie geht es weiter? Also wir sind entschlossen, da auch weiter zu kämpfen und wir tun das ja auch auf allen Ebenen. Also wir sind jeden Tag auf der Straße in unserem Protestcamp. Wir sprechen aber auch mit allen aus der Politik, die ein Ohr für unser Problem haben, beziehungsweise die sich dafür einsetzen. Und wir suchen nach Lösungen. Wir haben selber eine Konferenz veranstaltet im Abgeordnetenhaus im November, wo wir versucht haben, Lösungen zu suchen, eigentlich die Arbeit der Politik machen. Was wäre denn jetzt eine Lösung? Also Sie haben gesagt, die Politik soll auf Erhöhung verzichten, also ein bisschen auf Geld verzichten. Und sagt die Politik immer, Mensch, wir haben mal geguckt, wir sind pleite, auf Geld verzichten wollen wir nicht so sehr. Wie geht es jetzt weiter? Ja, das Problem, dass es keinen Wohnraum in Berlin gibt, ist ja bekannt. Die Politik setzt im Moment auf Neubau. Neubau ist unter 7, 8 Euro pro Quadratmeter kalt nicht zu haben. Das Jobcenter finanziert 4,91 Euro Wohnraum. Das heißt also, all der Neubau ist praktisch für diejenigen, die vom Jobcenter abhängig sein müssen, unerschwinglich. Und es dauert auch zu lange, denn wenn jetzt neu gebaut wird, Sie wollen ja jetzt wohnen. Genau, und deshalb kann es nicht anders gehen, als im Bestand auch was mit den Mieten zu machen. Der Bestand des sozialen Wohnungsbaus, Berlin hat sich ja sozialen Wohnungsbau geleistet, lange Jahre. Jetzt ist einiger davon privat und vielleicht muss man zurückkaufen, vielleicht muss man andere Dinge überlegen. Aber es geht nicht ohne den Bestand. 30, 32, 88, 8, 100. 2004 wurden diese Wohnungen, also die GSW, wurde zum Teil verkauft an eine US-Fondsgesellschaft, die auch noch Cerberus heißt. Die wollen natürlich Geld verdienen. Wir haben aber gehört, der Senat hat auch noch einen Daumen drauf. Wir gehen nicht weg aus Kreuzberg, sagt Tahir Sösen. Wir haben diesen Bezirk geprägt und er ist für uns richtig. Soziale Bindung, die wir sonst nicht haben. 30, 32, 88, 8, 100. Sie können gerne mitdiskutieren. Danke, dass Sie bei uns bleiben heute. Free, all right now. Hier ist Ihr Vormittag. Hier ist Radio Berlin, 88, 8. Mieten in Berlin. Wer kann sich das noch leisten? Also es geht deutlich nach oben mit den Mieten. Und damit es nicht ins Unermessliche steigt, gibt es Menschen, die protestieren. Zum Beispiel das Protestcamp am Kottwosser Tor. Ulrike Hamann und Tahir Sösen sind hier und Sie sagen, wir wollen in dieser Siedlung bleiben. Wir haben hier lange gelebt, wir haben den Stadtteil geprägt und das Ganze war auch mal als Sozialwohnung geplant. So, wir machen heute nicht Ladies first, wir bleiben uns treu. Herr Sösen, Sie haben schon gesagt, auf keinen Fall weg aus Kreuzberg. Die Politik, ich erinnere mich noch deutlich im Wahlkampf, hat erklärt, Mietendeckeln ist ein Riesenthema. Und Sie sagen, dass das so ein Thema ist, ist auch uns zu verdanken. Was haben Sie alles gemacht? Sie haben protestiert, Sie reden mit unglaublich vielen Leuten. Dich dran, bitte. Wir haben seit Mai unseren Protestcamp, den wir auch Gece Kondo nennen, das ist auf türkisch über Nacht gebaut. Und seit Mai protestieren wir und bis Dezember haben wir 13 Lärmdemos gemacht, wo wir auch den Druck aufgebaut haben, uns ein Gehör zu verschaffen. Sie sind auch im Gespräch mit der Politik, also es wirkt alles deutlich kommunikativer als vielleicht noch vor einiger Zeit. Was sagen Sie, die Radio-Berlin-Hörer? Also die eine Position ist, da müssen Mieten subventioniert werden, der Staat hat kein Geld. Die andere Position ist, Menschen müssen irgendwo wohnen, also muss der Staat auch was tun. Sie sind mehr bei Variante B, so wie unser Radio-Berlin-Hörer Wolfgang Kuhn aus Tempelhof. Sie hat Recht, ja. Genau. Sie hat Recht, genauso wie jetzt die Rekommunalisierung der Energiebetriebe, des Wassers und so weiter. Verständlich hat sie Recht, ohne Zweifel. Das ist ein Grundrecht. Wir arbeiten, wir wohnen, wir essen, das ist ein Grundrecht. Also sie ist jetzt Ulrike Hammann, das ist schon mal gut, ein bisschen Zuspruch zu hören, ist ein Grundrecht. Und es gibt auch niemanden, der sagt, nö, sie sollen dahin ziehen, wo es billiger ist. Also ihr Argument, wir prägen diesen Stadtteil und das hat auch mit Qualität zu tun, das scheint zu ziehen. Es ist nicht ganz so, dass das niemand sagt. Es sagt täglich das Jobcenter beispielsweise, ja. Also viele Menschen im sozialen Wohnungsbau, mich eingeschlossen, wir erhalten die Aufforderung, die Kosten der Unterkunft zu senken vom Jobcenter. Das ist dann verbunden mit drei Vorschlägen. Entweder man solle untervermieten, man solle sich eine andere Wohnung suchen oder man solle mit dem Vermieter reden. Alle drei Möglichkeiten werden öfter ausprobiert. Und mit dem Vermieter versuchen wir nun auch schon eine Weile zu reden. Der sagt natürlich, er senkt die Mieten nicht, weil er muss es ja ans Land Berlin zahlen. Das Land Berlin erhöht wiederum nicht die Kosten der Unterkunft auf die realistischen Mieten. Und so kommen dann auch Zwangsräumungen zustande. Da gab es ja auch eine große Protestation. Jetzt vor kurzem gerade wieder ein Riesenaufwand in Kreuzberg. Jetzt haben wir doch noch einen Hörer, der nicht Ihrer Meinung ist. Den hören wir uns jetzt zusammen an. Gerhard Eltner. Ich weiß auch noch nicht, was er sagt. Na, wir müssen sich eine preiswerte Wohnung suchen. Das ist doch mal ganz klar. Wir können doch nicht alles und jeden was bezahlen. Wir können doch nicht immer sagen, der Staat muss hier was tun. Man muss doch auch mal sehen, man muss doch wissen, was kann ich mir eigentlich leisten. So, jetzt haben wir doch noch eine Gegenposition. Also, Gerhard Eltner sagt ganz klar, Sie können sich Kreuzberg nicht mehr leisten, dann müssen Sie woanders hin. Jetzt Ihre Entgegnung bitte. Ja, ich glaube, der Herr Eltner bezahlt unsere Wohnung nicht, sondern das zahlen wir. Und der Punkt ist ja, dass ja alle, also wir sind ja alle Steuerzahler. Ja, wir sind ja alle daran beteiligt gewesen, dass in diese Häuser, dass diese Häuser mit Steuergeldern bezahlt wurden. Und diese Gelder gingen ja nicht an uns, die Mieter, sondern an Banken und an Eigentümer. Alles richtig. Nur jetzt ist es ja so, dass trotzdem jetzt eine Subvention für Sie ja zustande kommen muss. Aber Sie haben ja auch deutlich gesagt, warum Sie dafür sind. Herr Sösen, Sie haben das Schlusswort. Sie zu Hause im Büro von überall können gerne weiter anrufen. 30 32 88 100. Mehr Meinung von Ihnen dann in der nächsten halben Stunde. Sie kämpfen, Sie kämpfen im Moment recht erfolgreich. Gucken wir ein bisschen in die Zukunft. In 15 Jahren würden Sie sagen, ja, ich bin mit meiner Familie in gesicherten Verhältnissen in Kreuzberg noch da. Oder glauben Sie doch tief im Inneren Angst vor Verdrängung? Ja, die Angst ist da. Deswegen protestieren wir. Und deswegen, weil wir eine Zukunft für unsere Kinder aufbauen wollen, möchten wir diesen Protest auch weiterführen. Und Sie glauben, wenn Sie jetzt in die Kristallkugel gucken würden, was glauben Sie, wo sind Sie in 15 Jahren? Das weiß ich nicht. Die Zukunft weiß nur Gott. Aber wir möchten dafür kämpfen, dass wir dort bleiben, dass für unsere Kinder eine Zukunft aufgebaut ist. Gute Antwort fand ich. Ich danke Ihnen herzlich. Danke erstmal fürs Kommen. Toi, 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 dass das Ganze sich so zurechtschuckelt, dass alle zufrieden sind. Unser Radio Berlin-Hörer, der sagt, ich muss die Subventionen bezahlen und Sie mit Ihren Wohnungen. 30 32 88 100. Bitte diskutieren Sie weiter mit. Hier sind die 80er mit Christa Berg. Das geht es um zurechtschuckelt, dass alle zufrieden sind. Untertitelung des ZDF, 2020